Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anno 1800. Und wir machen natürlich weiter im Text. Die Frage ist, ist das jetzt alles hier? Church, also Kirche, dann gibt es Brot, Fleisch. Team Save. Nein. Fragen über Fragen. Das war's für heute. Das war's für heute. We all like a nap in the orchard. We all like a nap in the orchard. We all like a nap in the orchard. Okay. I had a job unpicking old rope once. Okay. 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 Kann man das nicht irgendwie ein bisschen besser aufteilen? Moment. Sörder. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Also bis auf einen fällt Tamaya, Anna. Kriegt er dann trotzdem 100 hin? Da. 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 Das ist der Weg, die Farmers rollen, hobbeldehoy, 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 Wie geil! Ich bin da dann nur wirklich... ...ein Feld weniger hat. Gibt's wirklich keine bessere Auftömer? ...bushels? Ich würde nicht sagen, würde ich sagen. Ich bin da nicht weg. Ich bin da nicht weg. Ich bin da nicht weg. Ask for permission to settle on another island. I don't need the board telling me whose islands to settle. That fish pot, he smells girtless. Better doing this by hand. Game safe. Up with a lark this morning, I was. There be potholes, so watch out. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Every field has its weeds. Let's go. Let's go. Ich bin mit einem Lark, heute Morgen. Kein ein bisschen, Sir. Das Fischpau schmeckt gut. Wir alle lieben ein Knapp in der Orchard. Die Böse läuft schneller. Das ist das Blüte. Das ist das Böse ist noch nicht geregelt. Meine Bannermen schreit neue Böse. Das ist das Böse. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Steersman! Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. I'll do ten of what a namby-pamby artisan does a day. Moan the bourgeois milk sops. So, dann haben wir auch den ersten Kampf schon hinter uns und die erste Mission. Da können wir doch bestimmt auch... Wenn wir jetzt Sie hier zum Beispiel haben, wo ist denn der Ihr Hafen? Hier. The fire has been vanquished. Sale! Game saved. Können wir doch bestimmt auch Waren verkaufen, wie zum Beispiel... Wir haben Holzüberschuss. Kammer... Oh... So... Wartens... ... ... Verkaufen wir 25 Planken. Die hatte die doch so gut aus. Die haben hier aufgebaut. Die haben hier aufgebaut. Ja, ich bin gar nicht so bedacht auf Krieg oder irgendwas. Aber ein bisschen Handel ist doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, sofern die das jetzt annehmen. Aber generell machen das Computer, der das eigentlich... Das Fischpaw, he smells gut aus. Das Fischpaw, heisst. 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 Es gibt jemanden, das zu tun. Das Flumin Turnip war die Größe von unserer Hände. Du bist in die Knot? Never! Oh, those mountains moving more's the merrier Red sky morning We all like a nap in the orchard It's the belt running faster than usual Every rose has its thorns Okay Slope Machen wir mal gucken Können wir, warte mal Können wir nochmal Ah, Bier Police Oh Gott Ah Brauch Nicht nochmal normale Kohle, sondern Charge Kohle Okay War auch cool gemacht, oder? Game say Okay This is the first time we show you Ich habe gedacht, da kann man normale Kohle nehmen. Was ist dieses Soap? Ach, Seife aus... Schweine. Schweine. Aus Schwein. Okay, also alles interessant. Da brauchen wir aber schon Dings dazu. 50 Handwerker. Der braucht 10. 100. Das sind die 160 weg. 200. Da fehlen mir noch ein paar. Alter, Freund. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.